Doppelte Rentenerhöhung im Jahr 2024. Kann es das wirklich geben? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich habe folgende interessante Anfrage erhalten. Ich beziehe seit November 2004 eine Rente wegen voller Erwerbsminderung. Zum 1.7.2024 soll ich ja einen Zuschlag auf meine Rente in Höhe von 7,5% bekommen. Steht mir dann auch noch die Rentenanpassung zu, wenn es diese am 1.7.2024 geben soll. Also sozusagen eine doppelte Rentenerhöhung. Millionen Rentnerinnen und Rentner, die eine EM-Rente, eine Hinterbliebenen-Rente oder eine Altersrente, die als Folgerente einer EM-Rente folgt, können sich tatsächlich zum 1.7.2024 richtig freuen. Sie können, sie könnten oder können de facto eine doppelte oder zweifache Rentenerhöhung erhalten. Dies bedeutet aber nicht, dass sich die Rente nochmals um 7,5% erhöht, weil der pauschale Zuschlag auf die EM-Rente als Bestandsrentner eventuell sich um 7,5% erhöht, sondern das bedeutet nur, dass es neben der 7,5%igen pauschalen Erhöhung noch eine weitere Rentenanpassung geben kann. Von der angesprochenen Zuschlagslösung profitieren diejenigen Rentnerinnen und Rentner, die nach dem 31.12.2000 und vor dem 1.7.2014 eine EM-Rente bekamen oder nachfolgend nach einer solchen EM-Rente eine Altersrente am 30.06.2024, das ist der Stichtag, beziehen. Oder aber auch diejenigen Menschen, die eine Hinterbliebenen-Rente beziehen. Und diese erste Gruppe erhält einen pauschalisierten Zuschlag von 7,5%. Wer aber erst nach dem 30.06.2024, 2014, Entschuldigung, und bis zum 31.12.2018 eine EM-Rente bekommen hat oder eine Hinterbliebenen-Rente bekommen hat, eine Witwen-Rente oder Witwer-Rente, wird nur 4,5% pauschalen abschlagsfreien Zuschlag on top auf die Rente ab dem 1.7.2024 erhalten. Wenn es am 1.7.2024 dazu noch eine Rentenerhöhung geben sollte, können sich alle diese von der pauschalen Zuschlagslösung, sage ich es mal, Betroffenen oder Begünstigten richtig freuen. Denn dann gibt es sozusagen eine zweifache oder doppelte Rentenerhöhung. Aber ich würde sagen, warten wir es einfach mal ab, ob es im Jahr 2024 auch wirklich eine Rentenanpassung oder Rentenerhöhung der Rentenwerte West und Ost dann tatsächlich auch in ordentlicher Höhe geben wird. Sicher ist eins, die Zuschlagslösung, von der ich gerade gesprochen habe, die wird definitiv zum 1.7.2024 für Millionen EM-Rentnerinnen und EM-Rentner als Bestandsrentner, die eine EM-Rente vor 2019 erhalten haben, geben. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Vielen Dank.